Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Monsters Und ich habe jetzt so eine Stunde oder sowas die Turtle mal machen lassen Und guck mal wie sich das jetzt ausgewirkt hat Ähm, ja, man sieht es auch an meinem Hunger Ist ziemlich weg So, ja, ich habe mich gerade eben noch eingebaut, weil ich weg war und deshalb nicht wusste, was passieren kann Hier, mein Zinn habe ich schon mal vorbildlich geschmolzen Schön, das kann ich wegmachen, das kann ich ja nicht mehr gebrauchen Dummerweise Also kann ich das auch auffüllen Komm, gib mir Zinn So Wie viel habe ich noch drin? 46, okay, das reicht noch für Nein, ich hätte es gerne Das hätte ich auch gerne Ich glaube, das reicht Ja, für mehr als zwei Das reicht für vier Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe Hoffe ich mal So Und jetzt habe ich noch 19 Wieso habe ich jetzt 19 da drin? Ach ja, wegen dem einen Äh, ja So So Einen N9 machen Und Und Was mache ich da? Acht in die Leiste Das andere in den Schrank So Kupfer Habe ich auch noch neun Genau, das habe ich mir eigentlich schon sortiert So Was hat denn noch über neun? Genau, Lead Oh Oh So Das kommt auch weg So Iron 36 Müsste genau Hinhauen Ja So Erstmal noch die 8 Zinder rein Hauen Ja Das ist genau einer Das sind 8 Ähm Wenn das fertig ist Kommt dann das Iron da rein Und Das Ganze wird geschmolzen Und Das Ganze Inzwischen In der Zwischenzeit Könnte ich ja Genau, ich warte jetzt noch bis das zu Ende ist Dann könnte ich in der Zwischenzeit Wenn ich das Iron schmelze Mal gucken Kommt schauen Schön Mal gucken, was mit meinem Was passt denn genau? 36 Stück rein Das ist ja super Komm Genau Jetzt kann ich mal gucken, was mit meiner Kuh Turtel Los ist Denn Ich habe hier jetzt eine Stunde Farm lassen Und Ich hoffe mal Da gibt es einiges zu Begutachten Vielleicht ja auch ein bisschen Aluminium Was ich mal hoffe Ähm Schlecht Nur ich weiß nicht Wo ich das herbekomme Und ich weiß nicht was Egal Erstmal möchte ich jetzt alles richtig machen Sonst Ähm Gehe ich an die Decke Denn Ich versuche jetzt erst mal Genau Drei Stück zu schmelzen Komm Komm Wo bist du da 1 2 3 Die brauche ich auf jeden Fall So Was sagt das hier Ist voll Super 1 2 3 1 2 3 So Wie ich brauche Jetzt gucke ich noch mal ganz genau Wo ist das Buch hin Hier bei dem Ganzen Kram Das Buch Ich brauche Aluminium Und Kupfer Gut 3 zu 1 Verhältnis Da habe ich es Jetzt brauche ich nur noch Kupfer Also wie viel habe ich noch hier drin 45 Das reicht noch für 5 Blocks Gut Kupfer Habe ich hier noch drin Hoffe ich mal So Block of Iron Block weg Bronze Kappa 1 Super Habe ich 1 Schon mal schön Block of Iron Habe ich jetzt auch schön viel Zwei passen da noch rein Ah nein Das wollte ich nicht Ich wollte noch zwei rausholen Und mal gucken Wie das so läuft Schön Die sind fertig So Ich hätte gerne 3 Aluminium Und 1 Kupfer So Und wenn das jetzt nicht klappt Dann weiß ich auch nicht mehr weiter Dann Keine Ahnung Auf jeden Fall habe ich jetzt schön viel Kupfer Und Iron Naja Kupfer habe ich nicht so viel Aber Hey Kupfer Kupfer Lido Zinn Aluminium Genau das brauche ich Das Kupfer baue ich auch noch ein bisschen Mal gucken was jetzt da raus wird Ich hoffe Ich hoffe mal das klappt Molten Aluminium Brass Super So Jetzt Will ich Eine Form von einem Stück Inget machen Super Das hat geklappt Und jetzt Hätte ich gerne Äh Es ist jetzt dumm Dass das Aluminium noch da drin ist Egal Dann muss ich mal ein bisschen aufräumen Hier Nein R Und mach mir mal So nacheinander Die Sachen die ich brauche So drei sind noch drin Das bedeutet ich kann das hinlegen Perfekt Large Stone Sword Blade So Das kann weg Wo werfe ich das denn hin Dass das nicht mehr wiederkommt Weg mit dir Auf nimmerwiedersehen Ich brauche dich nicht mehr Komm Ich brauche doch bestimmt auch noch mal Einmal laden Achso Acht und eins Okay Weg Du kommst drauf Einmal gegossen Nie mehr verrossen So Du kommst auch weg Tschüss Die kann ich nicht mehr gebrauchen Das ist gut Denn Ich brauche ja viel Aluminium Und deshalb würde ich sagen Ich versuche es mal Ein Aluminiumohr in den Ofen zu stecken Boah Tut mir leid Aber ich bin auch immer Leider etwas erkältet Einen Aluminiumohr in den Ofen zu stecken Und mal gucken Ob ich da hinten Aluminium In-Gits rausbekomme Das wäre eine ganz gute Idee Fände ich Denn mit dem ganzen Aluminium-In-Gits Könnte ich dann viel schneller anderes Zeug machen Und was kommt raus Zwei Okay Ist mal gar nicht so schlecht Und es klappt tatsächlich Ja Schön Okay Ach nee Brauche ich ja da Das bedeutet Einmal mal ein ganzes Aluminium reinstecken Boom Ich weiß, dass es eigentlich unnötig ist Weil ich Das direkt mit dem Kupfer vermischen könnte Aber Lass mal lieber Damit ich mich nicht noch mehr aufrege Falls irgendwas passiert Was Dummheits wegen Nicht nochmal passieren sollte Allerdings Wäre es auch mal eine Idee Weil ich musst somit Was Wäre es Dus Was